Mein Name ist Michael Augustin. Ich betreue Makler, Vertriebe und Pools in Nordbayern. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen unterwegs. Ich gehe wandern, ich bin mit meinem Hund unterwegs oder ich fahre mit dem Motorrad durch die Fränkische Schweiz. Das Tätigkeitsfeld, das ich habe, ist sehr sehr umfangreich. Das fängt an mit meiner Tätigkeit im Homeoffice, wo ich den Makler unterstütze durch Angebotserstellung, Problemlösung für den Kunden. Zum anderen die Tätigkeit direkt beim Makler vor Ort, wo ich ihn coache, wo ich ihm neue Verkaufsansätze, neue vertriebliche Lösungen für seine Kunden präsentiere. Mir macht die Tätigkeit mit Menschen einfach Spaß. Ich mache schon immer Krankenversicherung. Ich bin spezialisiert auf den Bereich Krankenversicherung Zeit meines Lebens. Ich kenne die gesetzliche Seite genauso wie die private Seite, habe auf beiden Seiten Erfahrungen und kann wirklich die Einzelfalllösung für den Makler finden. Ich bin seit 2007 bei der Versicherungskammer, weil ich hier Unternehmer sein kann und selbst entscheiden kann, wie ich den Makler unterstütze und wie ich ihm die besten Lösungen präsentieren kann.